Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Mieten, jo, dankeschön War doch gar kein Problem, ne? War gar nicht so schlimm, ist wie beim Pflaster abziehen Einmal kurz, zack und dann ist es weg So, es wurde sich auch gewünscht Gestern im Stream, übrigens war War wirklich ein geiler Stream gestern Gestern haben wir fast Drei Stunden lang gestreamt Auf Twitch Müsst ihr hoffentlich, wenn ich sie vergessen habe, auch der aktuelle Twitch-Link zu meinem Twitch-Kanal Unter dem vom Leo Müsst ihr auch in der Videobeschreibung verlinkt sein Mittlerweile, weil da war früher nur der vom Leo drin Ich habe jetzt eben ergänzt Einmal Live-Stream-Bern, einmal Live-Stream-Leo Damit jeder auch gucken kann, wo er möchte Und da haben wir wieder gestreamt Auf der Apps-Dorfer-Heide Klar, ne? Ist ja das Streaming-Projekt Und war wieder sehr viel War gut besucht, glaube ich 200 Leute, sowas waren da Und hat sehr viel Spaß gemacht Nochmal, wie gesagt Vielen, vielen Dank an die Leute, die da waren Vielen, vielen Dank an alle, die Ja, irgendwie dazu beigetragen haben Dass das ein cooler Abend war War es für mich auf alle Fälle Und erstmal Natürlich, danke, danke, danke Können wir gerne wiederholen Wie gesagt, ihr wisst es selber Ich mache sowas sehr, sehr gerne Wenn Zeit da ist Aber ich habe immer gesagt Zuerst kommen die YouTube-Videos Und dann, wenn noch Zeit ist Kommt alles Weitere So, es sieht auf dem Aufnahme-Bildschirm Sehr dunkel aus Vielleicht kommt das noch so rüber Ich weiß nicht So, aber da wurde sich gestern auch gewünscht Dass wir ein bisschen Oder dass ich wieder mehr über Die damaligen Real-Life-Dinger rede, ne? Also, was damals so gewesen ist Wo ich noch am Bauernhof war Damals Damals, ist schon wieder ein bisschen her, ne? Und, ähm So, warte mal Ich habe euch schon erzählt Eber zum Beispiel Wie ich zu dem Landwirt gekommen bin Das habe ich euch schon mal erzählt Also, da brauche ich jetzt nicht ansetzen Aber es gibt tatsächlich noch Sehr viele andere Storys Was da passiert ist Wie gesagt, ich war Mehrere Sommer lang Also, ich habe mehrere Sommer Meiner Ferien Meiner Schulferien Dort auf diesem Bauernhof verbracht Und da ist natürlich auch einiges Abgegangen, ne? Und Eine Sache, die ich auch Noch sehr gut in Erinnerung habe Ist zum Beispiel Ähm Wir leben hier in einem Gebiet Wo die Kühe Ähm Im Sommer Auf die Auf die Alben kommen, ne? Also auf die Alben Da sind hier die Berge Runterrum bei uns Und da verbringen die 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 Kühe ihren Sommer Bei uns sind es nur die Kühe Gewesen Gibt natürlich auch Äh, auch die Kälber teilweise Und, ne? Aber bei uns waren es nur die Kühe Die auf die Alm kamen Und das war immer so Also, im Frühling hast du sie Raupgebracht Und im Herbst hast du sie Wieder abgeholt Und wir hatten es so Wir hatten ungefähr, glaube ich Immer maximal zwei oder drei Kühe Auf der Alm Maximal Weil, wie gesagt Wir hatten nicht viel Wir hatten, glaube ich Wir waren es zehn Kühe Vielleicht waren es zehn Kühe Und da muss natürlich Einige da bleiben Weil die Milch Muss natürlich auch Irgendwer geben Und, äh Ich weiß aber noch gut Das war immer so ein So ein richtiges Highlight Das war immer Es war immer samstags Das weiß ich noch ganz genau Immer samstags Einmal im Frühling Und einmal im Herbst Äh Wo wir die Tiere Auf die Alben gebracht haben Wobei es so war Dass man die nicht direkt Auf die Alben gebracht hatte Sondern Es war so Dass wir Das hier praktisch Und die Tiere Äh In einem Anhänger verladen haben Äh In einem ganz normalen Viehtransport Anhänger Äh Da mit dem Traktor praktisch Äh Richtung Alben gefahren sind Aber praktisch Nur bis zum nächstgelegenen Ort Der ein bisschen höher gelegen war Und von da Fuhr dann ein Lkw Also ein großer Lkw Fuhr dann mit Also da trafen sich Da kamen dann alle Landwirte hin Zu diesem Ort Äh Da gab es ein Gehege Da wurden alle Kühe reingelassen Und Da wurde es natürlich Alles natürlich notiert Und welche Tiere da sind Und so weiter und so fort Weil Muss natürlich auch überprüft werden Ob die Tiere noch da sind Ob die irgendwer Ne Weiß ja Bescheid Und Ja Da wurden die Tiere dann Äh In diesen großen Lkw verladen Und wurden dann Mit dem Lkw Auf die Alpen hochgebracht Ich weiß nicht genau Wie weit Wie hoch das war Aber Ähm Bei uns ist es so Wenn du jetzt wandern gehen würdest Äh In die Berge Da kommst du immer Im Sommer Du triffst immer Kühe Jedes Mal Also wenn Wenn ihr mal In Österreich seid In Tirol seid Und wenn ihr Auf die Berge Wandern geht Was ja prinzipiell Nicht schlechtes ist Ne Dann werdet ihr immer Kühe finden Immer Das ist ganz egal Und ja Die haben wir Die Kühe dann Raufgebracht Und Im Herbst Hatten sie wieder abgeholt Abholung war ein bisschen Spektakulärer Würde ich jetzt mal so sagen Weil Es war halt immer Sehr sehr cool Ähm Du bist praktisch Im Herbst war das Ich weiß nicht Es war wieder ein Samstag Es war immer Samstag Äh Da wurden Tiere Mit dem besagten Lkw Wieder Von 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 der Alpen Äh Runtergebracht In diesen Ort In den höher gelegenen Ort Und wieder in dieses Gehege gelassen So Das Gehege war aber Sicherlich Sag ich mal Ein Na Eineinhalb Eineinhalb Fußballfelder Großes Gehege Also es war schon Großes Gehege War einfach Ein Zaun rum So Drinnen sind alles Leute Rumgelaufen Die ihre Tiere Gesucht haben Und ich natürlich auch Mit dem Landwirt Wenn ich damals war Ja dann haben wir mal Eine Stunde oder zwei Haben wir mal Die ein zwei Kühe Gesucht von Es waren mehrere Hundert Kühe da drin Und da musste es halt Genau die Kuh finden Die dir gehört Klar Mit dem Ohr Mit der Ohrmarke Mit der Nummer Hast du natürlich Äh Hast du die Kühe Natürlich gefunden Aber Ja wie gesagt Das war auch teilweise Auch gefährlich Also ich habe tatsächlich Auch Situationen gesehen Wo Ich glaube das gibt es heute Gar nicht mehr so Aber wo einfach Kühe Mit ihren Hörnern Auf Leute losgingen Die da drinnen rumgelaufen sind Ne Die waren nicht angebunden Die Tiere Die liefen da drinnen rum Und das waren teilweise schon Gefällige Situationen auch dabei Aber gut Wir haben jetzt unsere Kühe Dann immer gefunden Und den Anlänger verladen Dann hat man noch Irgendwo Ein Häppchen gegessen Sag ich mal Und dann ist man Wieder nach Hause gefahren Und natürlich kam es auch vor Also bei uns nicht War es halt gewesen Mit der Kuh Weißt du Und dann habe ich Mit ihm nochmal drüber gesprochen Und gesagt Gibt es so ein Ne Oder kommt auch mal Weiß ich nicht Jetzt ein Wolf Oder ein Fuchs Ist ja alles möglich Weißt du Der hat dann so eine Kuh Mal mitnimmt Oder Ne Weißt du was ich meine Und dann hat er gesagt Ja Das kannst du jetzt so nicht sagen Aber Also du kannst es nicht genau sagen Jedes Jahr passiert das Bei einer Kuh Also so Im Durchschnitt ist es ungefähr Alle zwei Jahre Fällt eine Also bringst du 14 auf die Weide Und 13 kommt zurück Weißt du Auf die Art Das ist halt nun mal so Und Was natürlich schade ist Weil eine Milchkuh Ist natürlich Ein teures Gut Wenn man das so haben möchte Natürlich wenn man die ganzen Großbetriebe sieht Wo tausende Milchkühe rumstehen Da fällt es nicht auf Wenn eine jetzt nicht mehr da ist Aber wenn bei dem Betrieb Von 10 Kühen Oder auch 20, 30 Kühen Fällt schon auf Wenn eine fehlt Und Ja das war einmal Das war einmal sehr sehr lustig Also das war wirklich lustig Einmal War es sogar so Dass wir einen Kollegen Von mir mitgenommen hatten Und Das war einfach Weiß ich nicht Es war Du bist den ganzen Tag Bist du beschäftigt Du bist unterwegs Du hast immer Du hast immer was zu tun gehabt Und die Kuh einfangen Und dann musst du wieder Stroh auslegen im Anhänger Und vielleicht auch ein bisschen Wasser Und es war heiß Es war Herbst Es war 30 Grad plus Weißt du Das ist nicht einfach so Yo Easy Weißt du Das war einfach Nach der Ernte glaube ich War es gewesen Sogar Da war das einfach Ja Da musste er die Kuh geholt Hatten hast du umbauen können Der war teilweise So war der Teilweise Du hast aber dann auch Eine Bordwand draufsetzen können Dann war es ein Silagewagen Und mit dem Aufsatz drauf Da waren auch drinnen Solche Haken an der Wand Und da haben wir dann Den Boden ausgetauscht Da haben wir so eine Weichfaserplatte Oder sowas reingelegt Das Brett der Wand Da waren es auf alle Fälle Einfach so ausgegangen Läuft Und ja Das war so meine Erfahrungen Von Alben und so weiter Und so fort Ich weiß Dass es mittlerweile so ist Dass es eigene Betriebe Für gibt Die die Kühe Oder die Rinder Oder die Kälber Es gibt auch Schweine Die auf die Alben kommen Dass die wirklich Vom Bauernhof Vom LKW Abgeholt werden Schonend Ohne Stress Auf die Alben Hochgefahren werden Also wie gesagt Das ist ein LKW Der hat meinetwegen Fünf Stopf Fünf Landwirte Die abfährt Das Ding ist voll Und fährt dann auf die Alben Sowas So kenne ich es jetzt Also ich kenne natürlich Kenne tatsächlich Betriebe Wo es so ist Ähm Und Ist auch nichts daran auszusetzen Früher hast du halt Als Landwirt Sehr viel selber gemacht Und bist halt einfach Sehr viel gefahren Weil natürlich muss den LKW Fahrer Der muss auch jemand bezahlen Ist klar Der muss auch bezahlt werden Und deswegen Alter Schwede Und deswegen wurde das Damals Damals wurde das selber gemacht Aber wie gesagt War für mich eine coole Erfahrung Und Möchte ich nicht missen Ich hoffe Weil das ist Autosave Sonst haben wir gleich Ja das war Autosave Ah mein Telefon geht Einen kleinen Moment bitte So Sorry Meine Schwester hat gerade gerufen Ähm So wir können den schon mal wegfahren Den Kollegen hier Weil der ist voll Den können wir schon mal wegbringen Den Anhänger Und Ja Was gibt es noch zu dem Almthema zu sagen Eigentlich nicht viel Ich habe gehört Aber das habe ich nur gehört Und nicht gesehen Ähm Wobei ich Könnte mich jetzt gerne korrigieren Wenn ihr darüber Bescheid wisst Ist es so Dass man für den Almaufenthalt Der Tiere Zahlen muss Das weiß ich Das sind ja nicht Weil Weil wir jetzt ganz ehrlich sind Die Leute Auf der Alm Die profitieren ja daraus Weil die können natürlich Die Milch verarbeiten Und so weiter Die Kühe werden zweimal täglich Gemolken auf der Alm Also das ist nicht so Dass man jetzt sagt Jo die Kühe sind jetzt Ein halbes Jahr Unbeaufsichtigt Die können machen Wie sie wollen Nein 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 Es ist schon so Dass teilweise die Kühe Auch nachts In solche Äh Größeren Beherbergungen Gebracht werden Auf der Alm Da gibt es eigene Äh Vorrichtungen für Natürlich gibt es auch Tiere Die unter freiem Himmel schlafen Klar Alter Was ist los heute Fahrt doch Alter Falter Und Weil wenn man ganz ehrlich ist Die Leute auf der Alm Die werden natürlich Die Milch auch irgendwo verkaufen Klar Weil wenn du da 100 Kühe am Tag melken musst Ist dann auch kein Spaß Aber ich glaube Der Aufenthalt der Kühe Auf der Alm War nicht kostenlos Aber wie gesagt Korrigiert mich gerne Wenn ich mich da irre Weil ich bin nicht ganz sicher Aber ich Habe mal Glaube gehört zu haben Dass der Aufenthalt Nicht kostenlos war Auf der Alm Mittlerweile gibt es ja Gibt es ja wirklich Schweine Die auf die Alm kommen Kälber teilweise Die auf der Alm Dann Die auf der Alm Dann Groß werden Daran wachsen Und so weiter Und so fort Und natürlich Auf der Alm Fehlt hier Gar nichts Weil Wasser überall Saftige Wiesen Weit und breit Also es ist halt Ja Schon cool Und was war noch Es gab auch mal Einen Fall Wo Eine Kuh Bei uns sagt man Gekelbert Das heißt Sie hat ein Kalb bekommen Kalb auf die Welt gebracht Auf der Alm Das gab es auch mal Weiß nicht Wie das War es absehend Natürlich Als Landwirt Kannst du es ausrechnen Wann die Kuh Dann ihr Kleines Auf die Welt bringt Das kann natürlich Ungefähr berechnet werden Das ist ja wie bei Menschen auch Neun Monate Und läuft Aber Ja Das war irgendwie komisch Weil da hat es auf einmal Einen Anruf gegeben Mitten unter dem Tag Und hat es geheißen Jo Hol mal bitte dann die Kuh ab Die hat gerade Geworfen In Anführungszeichen Und ja Dann müsst ihr halt los Und hast die Kuh geholt Das Kälbchen geholt Und dann war der Almaufenthalt Erstmal vorbei Für die Kuh Gut Aber Liebe Leute Wir sind erstmal fertig Für heute Für heute Für den Moment Kommen wir heute noch zwei Folgen Wenn es euch gefallen hat Lasst den Daumen nach oben Wir sehen uns Wenn ihr möchtet Heute Mittag wieder Zirka 12 Uhr Zu einer weiteren Folge Ich freue mich Bis später Macht es gut Ciao Ciao